Der G hepburn rode look Yo yo, grüß dich miteinander! Eiko Frizi ist am Start und ich mach mal hier eine kleine Tour durchs Studio Funk Gsetzlos Und gesetzlos sind meine Connection, immer wenn ich in der Schweiz oder in Zürich bin, ist Zeta mein Mann und wir treffen uns immer. Ich bin sehr überrascht, was für ein geiles Studio die hier aufgebaut haben. Können hier mal eine kleine Rundschau machen. Ihr seht, die sind verantwortlich für einige Hits. Unter anderem hier Heck to the Roots, Platz 3 in Deutschland. Ich arbeite schon seit Jahren mit den Jungs. Hier ist er, der Zeta. Was geht ab, Bro? Hier werden die Hits gemacht für unter anderem Eco Freezy, Tony der Asi und so weiter und so weiter. Felt das Equipment. Da drüben ist die Mic Proof. Wir haben auch den Clemen. Alles klar? Und ja, ihr könnt euch hier auch einbieten. Also kontaktiert die Jungs, da könnt ihr auch informieren und so weiter. Die kann man schön trainieren, nebenbei. Wenn man die Versus Spanish gemacht hat. Ansonsten hier werden Videos geschnitten, richtig? Videos werden geschnitten und gemacht. Man kann hier chatten und metten. Die sind schön mit Gefühlen und so weiter. Und ja, hier schaut die grüne Wand an. Vor der kann man einiges machen. Zum Beispiel kann man hier auch etwas einblenden. Hier oder hier. Und hier ist die Cinecara. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr auf die Schweiz kommt oder mal in der Schweiz seid, meldet euch bei den Jungs. Hier gibt es Beats, hier gibt es Videos und Raps oder was auch immer ihr wollt, ja. Und das ist meine Empfehlung an euch. Oh shit Abla, Eco Freezy. Und das ist meine Empfehlung. Und das ist meine Empfehlung an euch. Und das ist meine Empfehlung an euch. Entwederaves ist immer eins Crowe. Aber ich sehe Öffne nicht herum. Und das ist alles P ende.